Seit drei Monaten segle ich hier mit diesem Boot auf Leistungsniveau. Ja, dann sind wir zu den Weltmeisterschaften gefahren und wollten eigentlich nur mitmachen. Ja, dann kam die super Wahnsinnsüberraschung, dass wir den Vize-Weltmeistertitel geholt haben. Ja, macht mich auch stolz, weil ich glaube, dass ich so viel erreichen kann.